Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video stellen wir euch die Ergebnisse zu einer Untersuchung von TikTok vor, die zeigt, wie wichtig Sound und Audio für den Erfolg auf der Plattform sind. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Laut TikTok kann die Verwendung von Sound in Bezug auf Marketing sehr effektiv sein. Mit einer Studie geben sie nun mehr Einblicke und zeigen, dass die Verwendung von Audio in Kombination mit Ads durchaus effektiv ist. Im Gegensatz zu anderen Plattformen wie Facebook und Instagram, die den Schwerpunkt auf visuelle Eindrücke legen, die auch ohne Ton funktionieren sollen, hat TikTok wiederholt erklärt, dass vor allem der Ton für die User Experience entscheidend ist. Besonders Unternehmen dürfen die Bedeutung von Sounds nicht unterschätzen. Sounds sollten als wichtiger Teil der gesamten Branding-Strategie betrachtet werden. Die neuesten Ergebnisse der Studie bestätigen dies. TikTok gibt an, dass für 9 von 10 Usern der Ton entscheidend für die TikTok-Experience ist. Wenn unverwechselbare Markensounds in Werbeanzeigen benutzt werden, wird außerdem die Brand-Attention im Vergleich zu Slogans und Logos um 800% gesteigert. TikTok gibt weiter an, dass Audio und Musik das Marken-Engagement steigert. Musik spielt nämlich eine Schlüsselrolle bei den Reaktionen der User auf Anzeigen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass dieser Ansatz im Vergleich zu Facebook grundlegend verschieden ist. Facebook hat in der Vergangenheit deutlich empfohlen, dass Werbeanzeigen so erstellt werden sollten, damit sie auch ohne Ton funktionieren. Bei TikTok allerdings sollten Werbeanzeigen auf die Trends der App bezogen werden, die vor allem durch Sounds entstehen. Um auf TikTok erfolgreich zu werben, solltet ihr daher selbst auf der Plattform aktiv sein. So bekommt ihr einen guten Einblick in die App und das Userverhalten, um Trends frühzeitig zu entdecken. Was denkt ihr über TikTok und habt ihr dort schon Ads geschaltet? Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen rund um Social Media könnt ihr euch gerne direkt bei den Experten von eBakery melden. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery Team!